Hallo liebe Leute, ich bin Sabi Amir und ich bin 21 Jahre alt. Momentan studiere ich an der Maju-Universität. Ich lerne Informatik von meiner Uni und bei Wertex-Institut lerne ich Deutsch. Ich kann Englisch, Urdu und Deutsch sprechen. Ich mag Programmjahren und ich kann sehr schön daran arbeiten. Mein Deutschlehrer ist Herr Englisch und Wertex-Sprachschule ist ein gutes Institut. Ich finde es gut hier zu sein. Wenn Sie die internationale Sprachen lernen wollen, seien Sie dann bei Wertex. Viel Spaß!